Was würdest du eigentlich machen, wenn es keinen Krieg gäbe? Weggehen! Teil Florenz. Ein kleines Hotel am Arm. Aber natürlich nur Blick auf die Ponte Vecchio. Nicht! Tagsüber die Offizien und die Doh und abends dann die Promenade. Das heißt ja, niemand pfeift deine Mädchen so gut hinterher wie die Italiener. La bella bionda. Dann könnten wir sogar zu viel wegfahren. Entschuldige, wie blöd. Wie geht's denn zu Hause? Geht schon. Jeden Abend die neuesten Horror-Meldungen. Hast du eigentlich je darüber nachgedacht, sich entscheiden zu lassen? Nein. Du bist sehr dampfer. Du bist sehr dampfer. All right, chaps, wir sind schon da. Ja, keep it steady. A bit more left. Steady, straight on. Stop, good, straight on. Bombay door's open. Ten seconds to target. Keep it steady. Steady. Bomb's gone. had all their fire and brimstone rained out from heaven upon Sodom and Gomorrah, thunder and hail did fault to the earth upon the godless, and there came a terrible wind. Was ist das? Was ist das? Ja, und das bleibst du auch. Ich gehe mal. Warte doch noch ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Gute Nacht. Mein Scherz, ich... Ich komme später noch mal vorbei. Absolut. Bis zum nächsten Mal.